Hallo, ich bin der Sebastian und bin 17 Jahre alt und ich erzähle euch heute was über die Ausbildung zum Fachlageristen. Die Bauergruppe realisiert auf der ganzen Welt Spezialtiefbau Projekte und ist Weltmarktführer in der Entwicklung und Herstellung von Geräten für diesen Markt. Zu deinen Aufgaben als Fachlagerist zählen die Annahme der Waren sowie der Entlagerung. Außerdem verpackst, sicherst und versendest du diese. Die Ausbildung dauert zwei Jahre und kann optional um ein Jahr zur Fachkraft für Lagerlogistik verlängert werden. Neben einem qualifizierten Mittelschulabschluss solltest du vor allem handwerkliches Geschick mitbringen. Außerdem sind neben Organisations- und Koordinationsfähigkeiten auch Motivation, Engagement und Freude an die Teamarbeit gefragt. Hier wird es einfach nie langweilig und es gibt immer wieder neue Herausforderungen zu bewältigen, welche einen nicht nur beruflich, sondern auch persönlich weiterbringen. Die Kollegen sind total aufgeschlossen und helfen dir gerne. Das Tolle hier, finde ich, ist die angenehme und familiäre Atmosphäre. Bewirb dich jetzt vom größten Ausbildungsbetrieb der Region. Werde Teil der Bauerngruppe! Die Kirch, der Waren, zur Fernbedienung bin. Die Kirch, der Waren zu einem Säkохluss war. Die Kirch ist nicht die Angez umgekehrt. Die Kirch ist ein kopf, das so eine Waren zu machen ist. Bewirb dich jetzt vom Schwer und die Kirch. Die Kirch ist ein kopf, der Waren zu sagen. Die Kirch ist ein Koffer. Eine Kirch ist ein Koffer. Vielen Dank.